Oh, ein Pummel-Luft, wie süß. Tut mir leid, Pummel-Luft, ich muss dich leider zerstören. Der Arme. Oh je, Georock. Alles klar, wenn der jetzt Robustheit als Fähigkeit hat, dann kann ich alles verändern. Ich muss das von vorne machen. Oh, scheiße. Und der hat Robustheit. Oh nein. Ah, er ist verwirrt, er ist verwirrt. Bitte verletzt dich selbst. Nein, ich bin fertig, ich muss wieder von vorne anfangen. Nein. Ja. Wanderer Theodor hat Cell Evil besiegt. Alles klar? Sehr schön. Oh Mann. Das war jetzt nicht so geplant. Ich habe auch Angst, der Magnetido hat nur noch ein bisschen. Ach, du siehst das ja gar nicht. Aber du wirst ein Problem haben gegen den Wanderer. Und dann bin ich in der Sander, oh Mann, man kommt nicht an den Powerball. Hast du keinen Beleber oder sowas, um deinen Schillock wieder zu beleben? Setz Beleber ein, tust dein Schillock wiederbeleben und dann... Kann man das jetzt auch im Kampf machen? Ja. Und dann den Trank, dass Schillock, äh, seine Leben wieder hat. Komplett. Dann hast du ein Schillock. Beleber habe ich, ja. Ja, sehr schön. Dann setzt du es ein und hast du Schillock. Schillock ist... Oh. Bitte, bitte. Bitte. Okay, mit einem, mit einem Treffer habe ich es nicht. Kleinstein. Und bei Stein-Pokémon setzt du dann ganz gechillt, ähm, deine Wasserattacken ein und dann hast du es. Nein, nicht verwirrt sein. Aber er ist selber verwirrt und er hat sich selbst verletzt, ne? Ja, perfekt, er hat sich selbst umgebracht. Gut. Und nochmal einen Kleinstein. Oh, 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 wie hart. Ich kann gerade den ganzen Weg zurücklaufen. Ich weiß den Weg... Ach, da oben ist die Treppe nach unten. Oh, 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 oh. Äh. Eine wilde Horde taucht auf. Drei Bankies. Oh, was? Ja. Pikachu komplett alleine. Oh, mein Schillock ist jetzt 33. Oh, jetzt wusste ich gar nicht, dass hier Horten auftauchen. Oh, da ist noch einer. Oh, ne. Oh, geh weg mit deinem. Der setzt da... Gegen wen kämpfst du gerade? Gegen Pokémon, ja, Klim, keine Ahnung. Komm schon. Was setzt der ein? Ähm, Fleckmon. Schillock bis... Okay, und jetzt? Was setzt da ein? Noch ein Fleck, Moon. Okay, warte. Schillock bis... Dann bist du da unten wahrscheinlich, oder? Nee. Ich bin oben. Warte mal, was? Vor der Treppe. Wo du gestorben bist, davor. Also danach. Oh nein, oh nein, ich bin gleich tot. Okay, warte, ich komm. Okay, dann kämpfe ich nochmal gegen den Theodor. Bist du dann hochgegangen, oder runter? Ich weiß, ne Treppe dann. Also, ich versuch mal nochmal irgendwie einen Trank zu nehmen. Komm, Pikachu. Den Georock, den kriegst du wohl noch hin. Bisschen noch, komm. Okay, tschüss, Pikachu. Oh, geschafft. Okay, jetzt geh ich mal die Treppe hoch. Mal gucken, was passiert. Oh, Mann, scheiße. Okay. Oh, da sind noch mehr Trainer. Ich glaub, das nicht. Ich kann... Du meinst mir doch jetzt langsam durchsagen. Ich geh aber an den Trainern vorbei, das klappt. Oh nein, oh nein, jetzt kommt ein Viech. Ein Kleinstein. So, bei mir ist jetzt Glutex und Pikachu tot. Aber ich hab ja doch Sim-Seller, das ist gut. Ja. Versuch mal nochmal den... Oh, ich hasse die Attacke, äh, die Fähigkeit Robustheit. Ja, die ist scheiße, Alter. Einsetzen wird... Oh. Man muss ja noch gegen den blöden Poké-Maniak da antreten. Hab ich doch schon. Ich muss. Oh. Und ich hab keine... Ähm, ähm, ähm... Attacken, die effektiv dagegen sind. Oh nein, ich komm immer weiter. Lien, komm schon. Oh, scheiße. Ich will nicht verlieren. Bitte. Nein, komm, die ganze Zeit. Nein, nein. Setzt der dreimal Fleckmon ein, oder? Mh. Scheiße. Ja, super, Torboga, verwirrt bist du. Geil. Ja, verwirrt sein kann er gut. Nein, nicht gegen die Trainerin. Ich werde jetzt auch verlieren. Das kann doch nicht wahr sein. Setzt die denn auch nicht. Picknick-Nicca-Wiki. Mautzy. Mautzy ist... Ist... Ich weiß nicht. Ist ein Normal-Pokémon. Ruf doch nicht immer deinen Fleckmon zurück. Oh, ja. Entschuldigung. Was bringt denn ein Mirabler? Bringt der Schillock was? Nee. Auch kein Biss? Ja gut, es kommt halt drauf an, wer es leveln, ne? Aber dein, dein Schillock ist eh stark, von dem her kannst du mit Biss probieren. Ja, aber das wird nix, glaube ich. So, ich habe jetzt nur noch Simsalah. Oh, geschafft. Boah, wie schwitzt du so? Taupsi. Taupsi, da wäre jetzt Pikachu gut. Ja, jetzt bin ich tot, aber nicht. Du musst mit Biss probieren. Ja, jetzt bin ich tot. Also mein Schillock. Ach, nee, doch noch nicht. Zum Glück bin ich so stark mit dem. Oh, jetzt bin ich tot. Gut, bei mir hilft mir gerade Simsalah. Sandan, Sandan ist nur noch da. Sehr schön, Simsalah, sehr schön. Hat keine Wirkung. Ach da, jetzt sind wir gleich am Ende. Ja, ich kämpfe hier schon die ganze Zeit. Wann hat das denn mal ein Ende? So, wo muss ich denn jetzt lang? Warte mal, wo bist du? Warte auf mich, bitte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal unten muss oder hier zum Schild. Warte bitte auf mich. Oh Mann, ich habe nur noch Sandan. Kein Beleber mehr. Warte mal. Da, ich bin jetzt bei so einer Trainerin. Ja genau, ich stehe da ein bisschen weiter. Mit, äh, Vicky. Ja genau, der war ich auch gerade. Ich bin, sehe auch deinen Namen. Ich warte, denke ich. Gut, Simsalah wird mich da schon aus der Patsche helfen. Bitte. Ich habe keine Lust wieder von vorne anzufangen. Boah, hätte ich auch nicht. Wer weiß, wann das Ende ist. Durfte eigentlich jetzt gleich da sein. Weil ich habe nur noch Sandan. Und der ist ja nicht so effektiv. Ich, ich glaube wir sind gleich durch. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Bitte, lieber Gott. Das sehen wir ja gleich. Ach, da, da bist du. Ich weiß nicht, wo lang. Ah, da unten ist der Ausgang. Nein, ich muss noch kämpfen. Warte. Hoffentlich kann ich fliehen. Ja, okay. Da unten ist der Ausgang. Gott, segne dich. Oh nein, und ein Trainer. Ja, lass uns da hinten entlang gehen. Scheiße. Kann ich fliehen? Ah, nee, da kannst du nicht fliehen. Was ist, wenn ich sterbe? Musst du von vorne anfangen. Echt? Ach, hör auf. Dann spawnst du beim, dann spawnst du beim letzten Pokémon Center. Nein. Mhm. Soll ich Walzer machen oder Intensität? Ich weiß es nicht. Gegen was für Pokémon tritt du gerade an? Tauboga. Tauboga? Ja. Beides nicht effektiv. Doch Walzer eventuell. Das ist fast gar nicht. Ich bin tot. Bin tot. Nein. Ja, Mann. Ich spiel nicht mehr. Ich muss echt durch die Höhle. Sag ich ja. Bitte? Ey, ich hab's auch schon so gut wie geschafft gehabt. Muss man jetzt gegen alle Trainer nochmal? Nein, 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 nein. Ich dachte schon. Warte, dann komm ich schnell zu dir. Okay. Aber ich weiß den Weg nicht mehr. Warte, ich hab einen Schutz dabei. Ich fahr jetzt zu dir. Willst du es noch in der Folge machen, oder? Das war schon 32 Minuten lang, aber... Ah, ich hab einen Trainer. Okay, warte, ich komm dann einfach. War das direkt die Treppe runter? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja? Ja. Äh, ich bin aber blank. Oh, hier ist ein Pokémon. Was ist denn da drin? Schutz. Oh. Ja. Ja, dann setzt du Schutz ein. Dann hast du schon mal 100 Schritte lang... Ähm... Deine Ruhe. Da setz ich jetzt nicht ein, aber zum Ende hin irgendwie... Oh. Das nervig. So, tschüss Pikachu. Also gegen die Trainer musst du nicht mehr antreten. Gut, ey, ich dachte schon. Das wär ja echt übel gewesen. Nur gegen die, gegen die du noch nicht gekämpft hast. Ich hab gegen alle gekämpft, glaub ich. Außer an den einen. Da bin ich vorbeigegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo lang. Verlauf dich jetzt nicht da drin, weil sonst find ich dich nicht mehr. Und das wär natürlich nicht schön. Boah, verletzt dich doch nicht immer selbst. Scheiß Tauboka. Wenigstens hier raus. So. So, jetzt komm ich in die Höhle rein. Ich glaub, ich bin richtig. Und dann... Ich hoffe es für dich, dass du richtig bist. Hier ist ne Treppe, oder? So, jetzt setz mal schnell Schutz ein, dass ich dich auch finde. Ich glaub, hier hab ich Schutz, ja. So. So, dass ich richtig bin, ne? Weiß nicht mehr, ob ich nach unten oder nach oben gelaufen bin. Ich weiß, ist alles nicht mehr. Verlauf dich jetzt nicht. Ich hab dich. Boah. Komm hoch. Warte, ich häng fest. Also. Setz Schutz. Warte, ich geb... Ja, setz Schutz ein. Dann hast du 100 Schritte deine Ruhe. Wo ist denn das? Du machst dein Rucksack auf und dann gleich in der ersten Dings bei Rucksack Gegenstände. Benutzen. Dann. Boah. Also ich... Zum Glück bin ich richtig gelaufen. Nein! 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 Warum lachst du? Ich wusste, dass das passiert. Oh, das waren die zwei, wogegen ich nicht gekämpft habe. Egal, ich hab ja meinen Schillock und so dabei. Ich hoffe, der bringt da auch was. Ich hab mir jetzt eigentlich sowas von hier. Komm schnell. Ein bisschen. Ja. Ja. Ein. Tschüss. Wenn du den Kampf beendet hast, dann guck, dass du ziemlich weit rechts an der Wand entlangläufst. Ja, das hatte ich auf meine Augen gemacht, ey. Ich hab da voll nicht dran gedacht. Komm schon. Okay. Level 34, Schillock. Sehr schön. Entwickelt sich ja bald. Ja, okay, ich bin dran vorbei. Glück. So, jetzt pass auf, da sind auch noch ein paar Trainer. Ja, die hab ich ja schon. Nein! Komm gleich hier rüber. Ich wollte grad rüber. Egal, okay, das schaffe ich ja. Ich hab ja alle noch da. Ohhhhhhh. Wie ärgerlich. Ich sag... Hab's dir gesagt. Ja! Zu spät gesagt. Man... Wer ist jetzt gegen Taubogar gut? Pikachu, ne? Ja. So, ich bin jetzt... Was für ein Ding? Geisterstadt. Glaub sie. Oh, mach ihn platt. Ich hab keine Lust mehr hier. Ich will das schaffen. Das schaffst du auch. Mach! Level 22, 23. Doppelteam. Was ist denn das? Äh, das... Ja, ich hab's ihm nicht beigebracht, sagen wir mal so. Ja, okay. Alles klar. Brauchst gar nicht erklären. So, jetzt komm schon. Boah. Guck, dass du rechts entlang gehst. Pass auf, da unten ist noch ein Trainer. Oh, nee, ne? Also rechts entlang. Oh, oh, oh. Ach so, du kämpfst noch. Ja, Moment. Ich hab's geschafft. So. Hier entlang. Aber pass auf, der Trainer da unten will kämpfen. Der? Und was mach ich jetzt? Der da. Guck, dass der nicht zu dir schaut. Und dann lauf vorbei. Genau. Vorbei, lauf, 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 lauf. Ja, ich hatte einen Schutz. Lauf. Ich hab's geschafft. Wollang? Runter. Oh. Warte, ich lad einfach alles auf. Was eine Folge. Das war ja ein Nervenkitzel hoch 18. Oh, krass. Hehehe. Hehehe. Heftig. Wir haben's geschafft. Ja. Schön. Jetzt sind wir in der Geisterstadt. Geh nicht da rein. Geh nicht da rein. Nee, geh ich nicht. Weil da drinnen wartet der Rivale auf uns. Hm, okay. Gut. Dann, würd ich sagen, der Part, der ging ungefähr 40 Minuten. Ich geh mal von aus, dass wir den teilen werden. Hehehe. Könnt man eigentlich machen. Ja, weil das 40 Minuten ist echt lang. Schon irgendwie. Ja. Dann gucken wir einfach mal. Und dann verabschiede ich mich jetzt hier. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder von PokéMMO. Ciao, ciao. Tschüssi.